Sinfonietta Luzern konnte ich als Konzertbesucher kennen. Ich war dermassen begeistert, von dem jugendlichen Elan, der Frischi, mit bewährter Konzertliteratur umzugehen, damit sich für mich sofort klar war, mit denen muss ich ein Projekt machen. Sinfonietta Luzern ist jung, innovativ und etwas anderes. Wir versuchen klassische Musik zu vermitteln, und zwar an jede Zielgruppe. Nicht nur die ältere, sondern auch die jungen und ganz klar mit neuem Format auch an die jungen Erwachsenen. Was ich speziell finde an Sinfonietta, ist, dass sie immer innovative Projekte machen. Es ist nie 0815 und spricht so ein breites und auch junges Publikum an. Besonders schön an Sinfonietta finde ich, dass wir junge Musiker gefördert werden und wir einen sehr freundschaftlichen Umgang pflegen. Wir sind jung und wollen mit neuen Konzertformaten auf uns aufmerksam machen. Wir sind jung und seinen Leben und lebte und blatt. Wir sind jung und sein Leben. Wir sind jung, jung und jung. Wir sind so auch dabei, Wir sind vergleichen,